My house, my house, take a trip to my house So Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghosts, Alter, yeah man Nachdem wir das letzte Mal irgendwie so einen hässigen Grafik-Bugs hatten hier, genau hier Obwohl leckte mir das Spiel gerade irgendwie ab, ich weiß auch nicht woran es liegt Ich hab's versucht, ähm, ich hab jetzt mal die Grafik ganz runter, fast ganz runtergestellt Die Auflösung muss noch eins runter Und, ähm, ja, wir machen es so Ich werde dieses Level hier am Ende von diesem Let's Play nochmal zu re-uploaden Also werden wir es jetzt nicht spielen Ich wollte es nur kurz sagen, ich hab das nämlich, weil das jetzt hier so ist Meine neue Grafikkarte kommt nämlich bald Und bis dahin werde ich das Spiel durchhaben Und, ja Ich werde jetzt das Level beenden Und wir sehen uns dann gleich im nächsten wieder, es tut mir leid Merrick und Keegan Das waren die Männer, von denen Dad sprach Die Ghosts Und jemand legte sich mit ihnen an Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet Um ihren Mann Ajax zu suchen Ghosts Wir haben sie uns nur vorgestellt Jetzt wollen wir zu ihnen gehören Ganz Steuerscharfschützengewehr online Scan die Umgebung, wir müssen Ajax finden Sehen wir uns das Stadium genauer an Genau da, vergrößern Er ist es, das ist unser Junge Sie verlegen ihn, wir müssen los Gehen wir da rein? Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da Der Konvoi nähert sich Schnipp dir den Granatwerfer Präzise Ziel Wir müssen die Sprengsätze später auslösen Ja Leute, jetzt sieht man ja Da kommen sie, markier die Trucks An diesen Trucks, mal was geiles mal zu Das hat gesessen Konvoi ist weg Weiter Okay, dann mal los Okay Boah, wir spielen 40 frames, ey Das ist ja nice Oh, ich muss mal ein kleines bisschen leiser machen Das ist ja übelst laut 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 4, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 Boah, das ist ja eingeballert 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 Jetzt zieht man die Knappe. Du hast die Knappe. Feindkontakt. Feindkontakt. Wir laden noch einmal nach. AJAX ist vor uns. Raus, unten. Ah, ich will nicht. Ich will aber die ganzen Knappe. Ziel ist aufgeschaltet. Schnell, ein aufmerksam. Zielzeugner, halten Sie uns. Ziel, vor uns. Feugner, Feuer. Aufmerksamkeit. 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 Oder die IA. Dann bist du zu kurz. Los, AJAX hat nicht mehr lange. Ja, dann hat er nicht mehr lange. Aufmerksamkeit. 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 Finger am abzug. Finger am abzug. Hier genau sollten Sie AJAX. Schau durchs Scharfschützengewehr. Zack. Dann schau ich mal durchs Scharfschützengewehr. Zack. Du schießt, wir stürmen rein. Okay. Zwei fuhr, zwei fuhr, zwei fuhr. Becker links. Er ist sicher. Er ist sicher. Er ist nicht hier. Wo ist der? 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 Ich weiß nicht wo er ist. Riley hat eine vierte. Los jetzt. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Halt es sich auf. Los, los, los. Ah Leute, ich hab meine Lieblingswaffe aus dem Multiplayer bekommen. Die ist so geil, oder? Ja. Ich spiel nicht wirklich mit Multiplayer, ich spiel mit meinem Kumpel. Wir... Da haben wir fest. Oh, wozu macht ich hier? Äh, ich spiel mit Multiplayer. Ich fäng fest. Ich spiel die Karte. SA8. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn? SC. Oh. Oh. Ein Bison. Bison. Der Bison. Der Bison. Wir sind nah dran. K 만들. Bison. Bchl. S E-T. Wir müssen sehrataX festhalten. Keegan. Logan. Such deinen anderen Eingang. Keegan. Logan. Wir wangen auf den Zeichen. Du und dich, Logan. Komisch Leute, das letzte Mal wo ich hier die Kampagne gespielt habe, war das eine Krille von euch. Ok, jetzt ist es dunkel für euch, das war alles. Wir haben noch eine Tür, keine Waren. Wir warten auf dein Zeichen. Logan, geh zu dieser Tür ab, vor Schloss in Hand. 4, 1, 3, 1. Geht hier mit Akimbo-Pistole. Ok Leute, ich mach mal die Helligkehör. Ist ja unaushaltsam. Sieht jetzt leicht scheiße aus, aber... Wie geht's mit? Mistkerl! Halte durch, Ajax, halte durch! Das war, das war Rock. Er zielt er. Erzähl. Timor. Komm, halt durch Ajax! Er ist tot. Verdammt. Wow, gerade mal. Boah Leute, das ist ja echt wunderbar. Zieh dir das an. Mach den Reise fertig. Na ja. Na ja. Rock will die Ghosts. Der zum Teufel ist Rock. Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Kiegel, nehm ihn! Wir verschwinden jetzt! Ja Leute, jetzt gibt's mega fett aufs Maul. Aber ihr müsst zurück nach L.A. So hoch. Ich hab ja was. Ich hab ja was. Ich hab ja was. Ja ok. Super. Rap. Ja. Das Wettber, die da rein kommen. Ich bin ja nicht für neu hier. L.M.G. ist aufschöp. Alles sicher! Los! Los! Die von Snacko. Wir brauchen Weckungsfeuer! Kommt, geschafft! Dröcke! Schrauben! Alles klar, und jetzt ab nach Hause! Der Heli hebt gleich ab! Rielly! Ach, zum Heli! Ach, zum Heli! Ach, zum Heli! Oh ja, ich kann das mit jetzt. Die Weckung! Ne! Die Gefäßte Ausgleich! Die Heli! Oh Leute, da haben wir ja dick weggeballert. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rorg ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Ja Leute, und wie es weiter geht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ja Leute, ich gehe jetzt noch auf TeamSpeak Server. Wir haben jetzt Ferien. Und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschaui! Haut rein!